Was ist im Schadensfall zu tun? Genau geregelt ist das in den anwendbaren allgemeinen Versicherungsbedingungen beziehungsweise direkten Gesetzen. Informiere immer unverzüglich schriftlich deinen Versicherer von einem Schadensfall und zwar per E-Mail, online oder per Brief. Schmeiß beschädigte Dinge nicht weg, denn sie könnten zur Begutachtung eingefordert werden. Mach Fotos, denn auch das kann die Schadensbearbeitung vereinfachen. Und wenn es Zeugen gibt, dann hol bitte die Kontaktdaten von diesen Zeugen ein, weil auch das kann die Schadensbearbeitung vereinfachen. Zuletzt noch ein guter Tipp im Zusammenhang mit der Kfz-Versicherung. Wenn du einen Unfall hast, füll bitte gemeinsam mit dem Unfallgegner den Europäischen Unfallbericht aus und schick das dann unverzüglich an deine Versicherer.